Anarchie Es ist die Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. In der nächsten Interview, wir sprechen über die Week of Solidarity mit Anarchist-Prisonern, wer es ist, und was es ist. Für Sicherheit ist es, diese Interview wurde re-recorded mit unseren eigenen Sprachen. Ich bin hier mit einem Comrade aus dem Anarchist-Prisoner-Support-Movement. Wir sprechen über die Upcoming Week of Solidarity mit Anarchist-Prisonern. Erst auf, wann wird es sein, und was ist der Grund? Hi! Die Week of Solidarity mit Anarchist-Prisonern wird von der 23. 30. August dieses Jahr. Es ist eine Aktien-Week voll von verschiedenen Events, um unsere Anarchist-Comrades von allen Teilen der Welt. Das ist nicht die erste Installation dieser Woche. Was ist die Geschichte, und wer ist es? Die Week war über ein Jahr vorhin, von vielen Anarchist-Black-Cross-Gruppen um die Welt. Die Problemen wir hatten, war die Existenz von Multiple Solidarity-Days mit anderen Anarchist-Prisonern um den Welt an der einen Seite. An der anderen Seite war das Anarchist-In viele Anarchist-Innen 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 tillallarefreeatriseup.net und wir werden es an der Website addieren. Any last words? With this week we would like to point out once again that Solidarity for us as Anarchists is one of the most important matters. We are not going to forget or give up our comrades.